Guten Morgen, Frau Wagner. Ich bringe Ihnen die Übersetzung. Ah, danke. Setzen Sie sich, dann können wir gleich den Tagesplan für heute besprechen. Also um 11 haben wir ein Treffen mit dem Marketing, Zimmer 120. Entschuldigung, wo ist das? Im ersten Stock. Der Besprechungsraum ist das zweite Zimmer rechts neben der Kaffeeküche. Muss ich etwas vorbereiten? Nein, aber nach dem Treffen schreiben Sie bitte ein Protokoll. Einfach kurz die wichtigen Dinge. Und das schicken Sie dann an alle. Mit einer formellen E-Mail bitte. Was heißt das, formell? Ja, sehr geehrte Frau Dr. Welzel und am Ende mit freundlichen Grüßen. Okay, und danach? Ja, danach gehen wir in die Kantine zum Mittagessen. Ah, und um 16 Uhr haben wir einen Termin mit den Mitarbeitern der Werbeagentur Reklame. Wir planen doch eine große Werbeaktion und die Agentur präsentiert uns ihre Ideen. Um 16 Uhr? Kann ich heute nicht früher gehen? Ich habe heute Abend noch eine Verabredung. Tut mir leid. Das geht leider nicht. Das Treffen dauert ungefähr eine Stunde. Und davor müssen Sie den Raum vorbereiten. Ok.